Der Transfer ist fix und Moritz Quarteng wechselt vom 1. FC Magdeburg zum VfL Bochum in die Fußball-Bundesliga. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich unglaublich für diesen Spieler. Ich finde für mich einer der besten Spieler, die die Zweitligasaison letztes Jahr gesehen hat. Und er hat einen sehr großen Anteil daran, dass Magdeburg nicht abgestiegen ist und sich wieder zurückgekämpft hat. Ein ganz starker Spieler, 29 Mal eingesetzt, davon 24 Mal in der Startelf, 10 Tore, 3 Vorlagen, ganz, ganz starker Saison. Und ich muss sagen, dieser Spieler gehört einfach in die Bundesliga. Der hat so großes Potenzial. Ob er sich durchsetzen kann in Bochum, ist die zweite Frage. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass er in das Spielsystem passt und vor allem, dass er sich sehr schnell einleben wird. Und auch allgemein die Geschäftsführung der Trainer, die schwärmen ja nur von ihm, dass er ein variabler Stürmer ist, dass er vielfältig einsetzbar ist und einfach schnell ist. Und ich denke, er kann Bochum auf jeden Fall weiterhelfen. Und für Bochum wird es einfach nächstes Jahr leider wieder darum gehen, den Abstieg zu vermeiden. Ich denke, mehr wird leider nicht drin sein für den VfL. Aber ich denke, dass Quarteng auf jeden Fall sehr, sehr viel dazu beitragen kann, dass dies nicht passieren wird. Ich bin mega gehypt auf ihn und freue mich jetzt schon auf die Spiele des VfL Bochum, weil das ist wirklich ein Spieler und der war ja wirklich nicht mal teuer. Knapp eine Million plus Boni-Zahlung, wirklich ein Schnäppchen. Das könnte der Transfer des Jahrhunderts sein für die Bochumer. Wie findet ihr den Transfer? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Wir hören uns im nächsten Video und ciao.